Hallo! Willkommen zum vierten Part Serms Online! Vierter Part! Ander Kampf! Mit Kid Kropa! Genau, mit Kid Kropa! Warum ist jemand da? Bitte jemand da! Ja, ist jemand da, gut! Dann mal los! Mit Kid Kropa! Mit Kid Kropa! Genau! Mit Kid Kropa! Ja, ist jemand da. Mit Kid Kropa! Genau! Mit Kid Kropa! Genau! Mit Kid Kropa! Jetzt hat der Platz schon mal sicher. Nein. Alter. Nein, ich bin besiegt. Mann, nein. Komm, Sieg. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein. Okay, Chaos. Nein, nein. Chaos. Chaos. Das war nicht gut. Okay, jetzt haben wir nur noch ein Spiel drin, aber noch mal gegen den gleichen. Ich hab keine Chance gegen Küken. Keine Chance. Nein, ach Mann! Das gibt es doch jetzt echt, dass ich ihn überhaupt nicht mehr treffe. Keine Chance, der ist so gut. Jetzt habe ich zwar ein bisschen die Auspflichten, aber das haut trotzdem nicht hin. Vom hat sich Vom getroffen, Mann! Pace. Mal packen. Nein, ach Mann! Keine Chance. Jetzt habe ich da auch nicht, weil ich habe keine Gegner mehr, ist das Problem. Ja, nochmal Kampf. Yes, Volleyball. Okay, Volleyball. In Volleyball, okay. Mal so am besten. Komm, nein! Nein! Nein, bitte nicht, bitte. Alter, nein! Mann! Das ist doch wirklich nicht mehr fair. Yes, Ausgleich. Nein! Ach Mann! Nein, ach Mann! Das ist doch viel zu schwer. Warum ist es? Ah, 4 zu 1 viel. Ach Mann! Keine Chance. 5 zu 1. Verlegen. Oh! Doch Mann! Händlöcke Gimminger, oh Mann! Das ist doch ein... Oh! Händlöcke Gimminger! Oh, fome. Keine Chance. Mama. Okay, okay. Nein. Ulti, warum hat das jetzt durchgekommen? Ach, Mann. Oh, Mann. Ich habe einen Held und der Cockrecken. Heldlok, wie viel? Mal schauen. Level 3, das müssten wir eigentlich schaffen. Level 3, Heldlok. Das müssten wir eigentlich schaffen, der Level 3. Das klopft, oder? Außer bis ins Eisdummen. Komm, das schaffen wir, oder? Nein, das schafft man noch ein bisschen. Nein, das kann man wohl nicht. Ich weiß es, dass wir jetzt den Typen verlieren. Mach ein K.O. Yes, K.O. besiegt. Level 3 ist kein Problem. Yes. Da geht's in den normalen Kampf nochmal. Dann mal los! ¡Suscríbete al canal! 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 Nein, du Ulti, nein, die Ulti. Haben sie jetzt die Kamera zu besiegen, den Typen? Nein, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Ich war so noch dran. Er ist noch mal dran, das Mal. Aber nein, ich will nicht. Nochmal Kampf. Nochmal. Ich habe jetzt die Ulti noch mal bereit. Natürlich macht er die Schildhahn. Keine Chance, der ist zu stark, finde ich. Oh, das ist nicht mehr gelangt. Komm, bleib da. In schwarz ist diesmal okay. Er hat dann zwölf Münzen mehr gesehen, aber jetzt ich, wow, dafür war ich noch sogar vorne manchmal. Oh man, ich verliere hier natürlich. Ich habe das geführt. Komm, ich stecke nochmal. Na, Mann. Da bin ich ja verloren. Verloren nochmal. Ach Mann, da habe ich es nochmal geführt, sogar mal. Halt, locker, gemengen. Oh Mann, hat gemengen nochmal. Ich stecke! Ich steck, 술 auf. Ich stecke! Ich stecke! Oh Mann, hat gemengen. Ich stecke, sicherstellen. Ich stecke, ich chỉ. Kommt, die muss er besiegen, als seine KP eigentlich. Obwohl, es wird nichts werden, glaube ich. K.O. Aber nur, also, hat er seine KP gehabt, hä? Ist es normal, dass er seine KP hatte? Aber egal, Schmein, Sieg geholt. Ja, ich bin heute übrigens. Wir sind bald durch heute mit dem Part. Oh, ist noch ein Dritter dabei. Schmein, heißt er. In der englomalen Kampfkampf. Guck mal, die vielleicht sind die Beste. Oh Mann. Oh, das ist noch ein Dritter dabei. Oh Mann. Ach mann, ich bin es weiterwerden. Nein, das ist kein Ohrgut. ach man, der Schall wird ja eh nicht wieder nein, ich bin tot Jus Jus Servus, sowas und Hauf doch mal, aber nicht ich jeden, sondern gegen den Tronik Ich gegen Helix, genau Helix Ja, das ist ein Geist Die Weißt du Mann, das lacht wieder, Mann Keine Chance, keine Chance Er ist so gut Sind der so schnell, Mann Ich bin zu langsam Aber er macht mich total fertig Wie sieht's Dann noch ein Kampfklabeln Da nehmen wir auf Komm, Kampf Basketball Basketball Das kann was werden Ketchup Alles Hä? Was soll ich denn machen, wenn er mich da fällt Was soll ich denn machen, wenn er mich da fällt Was soll ich denn machen, der Lesbik, keine Ruts Lesbik, keine... Hallo? Alter Zehn zu Null abgefärbt Zehn zu Null abgefärbt What the hell Ich konnte urschlich gar nichts machen mit dem Typen Oh, Leute, ja, das war auch schon mit 14 Pounds, wir haben es online angeführt Zunehmen, bis zum nächsten Mal, tschüss Zunemaß Es war so Das war's In der Verz liked